Finale, Wall for Hampton gegen uns. Ja, und wir werden genau mit dieser Aufstellung wieder spielen. Für Gamaric ist das wohl das letzte Spiel, wo er sich beweisen kann, ansonsten wieder jetzt auf der Bank sitzen. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, muss man diese konsequent dann ausziehen, einfach aus... ...daraus, dass einem einfach nicht wirklich, wie soll ich sagen, nicht konsequent hier irgendwas eigentlich geleistet wird. Gamaric ist, wie, als wäre er nicht da eigentlich. Ich meine, wir können uns, ich schaue mir sowieso da noch Bewertungen und Statistik an, was die sagen, aber... Ich meine, wenn du nicht auf den Ball kriegst und gute Pässe spielst, so wie wenn du jetzt einen Ball kriegst, du spielst den Pass, hast du einen Plus. Wenn du jetzt nie wieder spielst, wirst du dieses Plus immer behalten. So ist das halt bei Gamaric, ne? Die Gamaric setzt da gut den Körb an. Da kann man jetzt in dem Video fast ran. Also Gamaric hat Laufwege, die sind... Und an die gewöhnt sich, glaube ich, keiner von unseren Spielen. Okay. So ist das halt. So ist das halt. Oh mein Gott, Williams. Ja, ganz alleine, ganz alleine, aber da muss man den Fehler bei Williams und dann Apparte gleich hinterher suchen, der Apparte wird ein bisschen überrascht, dass Williams den so vielleicht zurückhüpft, bleibt dann mit dem Fuß ein bisschen am Ball hängen, aber kann den nicht ganz weit spüßen. Und das ist aber so ein Gegner, den haben wir nächstes Jahr in der Liga, wo er verhebten. Schon einmal geschlagen, 5 zu 0. Ja. 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 Da habe ich irgendwie an, dass da nichts draus wird, wenn er jetzt einfach nur Kato reinnehmen würde Und da habe ich irgendwie an, dass da nichts draus wird, wenn es da nichts draus wird Ja, da braucht er nicht die Arme schütteln, Grammaritsch, das war ein Schuss da war mein fuß und kann ist ein gegner der ist schon schwer einfach dranbleiben und kämpfen leute das ist das einzige was jetzt in dieser vorbereitung auch will schon Hauptsache, wir verbleiben aber in diesen, jetzt mal so. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. Kein Absatz, kein Absatz, nur zwei. So schnell kann's gehen. Oh mein Gott. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vorbereitung 3, verletzt das schon heftig. Und glaube ich... Einmal geblockt wurde... Das ist natürlich ganz schlecht so was. Ja, das... Schön Schmitz... Ausziehen. Aber jetzt bis dorthin, haut rein, macht es gut und ciao.